Hallöchen und Willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Schön, dass du da bist. Das ist natürlich nicht so schön. Was macht eigentlich dein Rücken? Gab es da irgendwas? Oder eher weniger? So... Ist auch nicht besser geworden mit meinem Rücken. Ok, na gut, dann... Dann definitiv ab zum Arzt. Senni... So... Vollerweiter Staub. So, schau mal. Sarajero ist unser Ziel. Und mein Lieben, falls er natürlich jetzt die Auftragsziel hat, weil ich transportiere, gibt einfach unten die Kanalpunkte für Auftragsinfo. Da blendet kurz was ein, dann wisst ihr, was das Ziel ist. So, wir müssen rechts... Aha, alles wieder im Dunkeln, ey. Ja. Ja. Was willst du denn da erkunden, ey? Mann, Mann, Mann. Aber bis jetzt ist es schön geworden, ey. Also... Boah. Der will raus. Da wollen wir rein. So. Ab auf die Autobahn. Oh, und die alle wolle abfahren. Oh, Mann. Oh, Mann. Alter, wie geil sind denn die Tunnel da geworden, ey. 100 Meter Abstand, wa? Und es knallt's Krass Ja, das spiel ich mir ja schon einmal abgestürzt Ich weiß nicht warum Aber scheinbar hat sie 2000 Die gibt eine höhere Auflösung Als Vertragen, keine Ahnung Lass ich natürlich ein Video mit drin Also wie gesagt, das ist alles Live-Aufnahme, was ich mache Jede Tour Und die kommen dann quasi dann Ab nächster Woche täglich dann am OMSI Äh, auf YouTube Mache am besten Feierabend Du hast ja schon fast 7 Stunden auf der O-Uhr Oder fast 8 Stunden Mann, Mann, Mann So Schlafen wir das da durch? Ich versuche weiter zu schlafen, ich stehe um 8 Uhr auf Um 8 Uhr Na dann So Ja, muss auf Arbeit anrufen Mal wenn wieder jemand rangeht Das ist ja die große Frage Ansonsten hast du ja wieder hier die tägliche Probleme Mal da So Haben wir es gleich geschafft Ja, hier muss man abfahren Hier auf der Autobahn darf es nur 70 fahren Wie krass ist das denn? Oh, ist doch gut Hast doch Platz Achu, ich probiere es einfach auf der Arbeit anzurufen Alles gut, Maus Alles gut Macht ja keinen Stress So Ist doch 40 fahren Ich glaube es noch Ich glaube es noch So so erster halt in sarajevo ableitestation so der gleiche kreisel und die ausfahrt ist fast wie bei frankfurt drei schubsen aber zug der woche ist bescheid arbeitsamt dahinten rechts bestimmt ist auch da endlich mal ein bisschen kultur hier drin schön busbahnhof sehr schön ja wenn euch das ganze gefällt für die nachtdienstler geht es jetzt auch bald raus die frühe dienst beginnt man schon was sich auf jeden fall nicht ärgern das ist der busspur muss ich doch kannst hinten rein fahren natürlich verfranz ich mich gleich wieder so nächste spur auch noch mal nach links wie sagt man so schön jetzt bin ich das außen geländer fremde fremde gefilter ich hätte jetzt gar nicht gedacht dass man jetzt zwei touren und sogar die punkte was ich da angepinnt habe erledigt haben ach ist die falsche ich muss weiter auf gott was fahr ich denn für eine scheiße zusammen aber was ist denn mit mir heute los koffer kaputt herrbart der falschen muss falls es geschluckt oder was ist auch straßen waren kommt keiner gefällt mir hat gefällt mir auf jeden fall richtig gut die ampelfasern aber noch mit also ich dass du mit der autobahn wird da noch was kommen hsb nasen bluten schatz nicht okay auch näher ist bitte kein nebel dann kann ich gerade gar nicht gebrauchen auf ellern hin ja rein Ich sag mal, dass ich hier vorne rein will Ah, das sieht schon anders aus, ne? Oh, Digger, ist das jetzt dein Ernst? Autsch, au, 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 au! Ah, Axel, die Axel ist größe, nee? spitze kante sowohl was sollen wir denn hin jetzt kommt der nebel schon wieder sommer doch soll ich dann so einparken so Ich muss mal ja unbedingt den Warenparken-Mod runterladen, ne? Ich muss den Warenparken-Mod runterladen, aber ich muss den Warenparken-Mod runterladen. Ach, geschafft, ey. 50 Minuten für die 500 Kilometer, ey. Ich glaub's ja nicht, aber wir haben's geschafft. So, an der Stelle danke fürs Zusehen und wir sehen uns dann in der nächsten Tour zum nächsten Video. Ciao, ciao. Vielen Dank.